Musik Dem insolventesten aller Staaten den größten Krediten der Geschichte zu geben, wie drittklassige korrupte Banker, das war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es ist ein Skandal, dass so etwas möglich ist, dass die Troika, beziehungsweise die Institutionen, aus denen sie besteht, ein derart ruinöses Geschäft genehmigen. Es ist looting. Das ist plündern. Es ist eigentlich eine kleine Clique das Land. Er wollte Angst und Unterwerfung. Er wusste es nicht wert zu schätzen. Einen Minister eines souveränen Staates vor sich zu haben. Das Schlimmste, was einem Land passieren kann, ist, in die Hände von internationalen Bürokraten zu fallen, die glauben, besser zu wissen, was das Land braucht. Die Ursachen der Probleme müssen dort gelöst werden, wo sie entstanden sind und wo sie auch nur gelöst werden können. Zahlreiche psychologische und soziologische Studien zeigen, dass Menschen, die feste Überzeugungen haben, ihre Meinung nicht durch wissenschaftliche Beweise ändern. Und je mehr sie darüber wissen, desto härter wehren sie sich dagegen. Und sie sind immer noch da. Und sie haben nichts gelernt. Aber senden sie das nicht. Don't broadcast that. Hahaha. Untertitelung des ZDF für funk, 2017